ja herzlich willkommen zurück bei mir auf meinem kanal ja heute geht es weniger um musik sondern vielmehr um das thema color grading ja was ist color grading ich würde es mal so beschreiben color grading in der filmproduktion bedeutet dass wir kräftig oder auch mal weniger kräftig an den farben rumschrauben ja um vielleicht einen anderen look zu erzielen von farbe auf schwarz weiß zum beispiel oder einer pflanze das grün zu entziehen und durch eine andere farbe zu ersetzen ja ich habe euch mal ein paar beispiele mitgebracht wo ihr einfach mal sehen könnt was ich da so gemacht habe in verschiedenen produktionen um den look zu ändern das aussehen und ja viel spaß schaut mal rein am ende melde ich mich noch mal das tut mir leid aber ich möchte nun mal kein herrscher der welt sein denn das liebt mir nicht ich möchte weder herrschen noch irgendwen erobern sie müssen das ist unsere einzige hoffnung hoffnung yo 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020